Wir wollen die ganze Welt zum Tanzen bringen Wir rufen den Stuhl auf, wir können Let's rock it, let's rock it now Let's rock it now Paris, London, New York und Tokio Mein schönstes Erlebnis hier bei Rock it war der Betty Song Die Nacht vorher konnte ich nicht schlafen, ich war echt nervös Aber das lief echt toll und von allen Seiten kam echt Lob und wie toll das geworden ist und so Und ganz am Ende, da wo es hieß, ja Leute, jetzt unsere letzte Einstellung Liefen die alle auf einmal an mir vorbei und sind auf der Bühne total abgegangen, haben total getanzt Und das war total lustig und Emilia und ich, wir wussten das ja nicht Dann sind Emilia und ich in die Mitte, das war echt peinlich Weil echt alle haben so voll schön getanzt und der Tänzer und Emilia und ich mir nur so die ganze Zeit voll den Schwachsinn gemacht Ja, also das war auch echt einer der schönsten Tage hier am Dreh Wobei man wirklich sagen muss, echt jeder Tag am Set macht so unglaublich viel Spaß Weil jeder einfach so eine tolle Stimmung mit an den Tag bringt und so und das ist echt wunderschön Du wirst schon sehen, die ganze Welt wird uns gehören